Ja und herzlich willkommen zurück zu der Invincible, da vorne, sehens, liegt Kovel. Ich hoffe, dass Kovel zumindest lebt. Bitte. Bitte nicht. Äh, es sieht auch nicht so gut aus. Was zum Teufel ist hier passiert auf Registry? Ja. 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 Ich bin, er ist жив. Jetzt hör mich, Jasnah. Die Lande ist aufs Weg, aber bevor du Dr. Kovel aufbauen, du machst du etwas tun. Jasnah. Ich höre. Bitte sehle, für sein Journal. Es ist überall. In pieces. Nein, nicht gut. Kovel war in Kontakt mit Dr. Gorski. Hmm. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Won't be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Structures branch underground. G checks the right branch. Massive vertical exhibit. It produces above the structure. Water tank underground structure. The biggest one yet. Inside hill 150m. Black. Visible from point 4. Asmut 350. Distance 150. Distance 200. Ah. Ja gut. Die Strukturen verzweigen sich im Untergrund. G Gorski prüft den rechten Ausläufer. Riesige vertikale Struktur. Sie ragt über die Oberfläche. Wassertank unterirdische Strukturen. Die bislang grösste 150m im Berg markiert. Und von Punkt 4 aus sichtbar. Atimut 350. Entfernung 200. Und. Ach du scheiß. Und. Und. Machaolaat. Du. 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 Wir schaffen das schon, Kaffel. Bin ich sicher zurück. Die Merit, ein Kaffel. An unprecedented degradation of equipment, occurring connectivity issues. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Primitive lifeforms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest for some reason. It's difficult to find a consistent pattern. All of this seems insane. Pure chaos. But I don't believe in coincidences. The greatest threat to humans is usually, well, humans. So I believe our crew members have fallen victim to the Alliance's actions. I must say, in any other situation, I'll be sure of it. The invincible, however, is not in the Lira system yet. Their other ships have never even ventured near these regions of the galaxy. Or at least, there's no indication. Except for all these disturbing events. Right. Something doesn't add up. Etwas, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Wer oder was ist genau der Invincible? Der Unbesiegbare? Ist das ein Raumschiff? Ist das eine Crew? Ist das eine einzige Person? Hello, Artie. Okay. Oh, das ist auch hier. Nein. Es wird alles gut werden. Keine Angst. Keine Angst. Ich sehe Sie, dort. Nur Gorski ist left. Ich habe ihn nicht weit. Begründete. Alle, alles, rüß. Ich weiß nicht, weiß ich ihn. Ich weiß, wie lange ich ihn will. Ich weiß, das将 mich nachzumatend. Bis zum nächsten Mal nach Hause zurückblieben. Wir haben auch nicht gut das Wicht, wie die Wichtigkeit der Gorski ist. Oder was er ging. Ich weiß, Zeit verlückt. Ich muss die Leiche zum Laden gehen. Sicher. Bring die Leiche zum Laden. Sicher nehme ich Merit mit. Wenigstens ist das dann kein Rätsel. Wo sie geblieben ist für die Familie. Tausendprozentig nehmen wir sie mit. Es ist alles ziemlich seltsam was hier passiert. Wirklich. Sonst gibt es hier auch nichts mehr. Also der Rucksack von hier. Wer ist schräg wenn die Leiche weg ist. Keine Sorge Merit. Es bringt die Leiche. Es bringt die Leiche. Die Gravität. Nein, Astrogator. Nicht diese Zeit. Was? Warum sie so leicht ist. Ich habe mit Dr. Merit. für über zwei Jahre. Sie wurde von Sternenst. Die Sternenst. Die Sternenst. Many von uns relied auf sie. Ich habe. Ich habe. Sie wusste nicht, dass die Headquarters hat sie eine Prominent. Sie wäre die erste female Astrogator in der Geschichte des Commonwealthen. Ich habe keine Ahnung. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Merit wird sie posthumlos. Schade, Schade. Sie wäre der erste weibliche Astrogator geworden. Und jetzt das. Schade, Schade. Sie wäre der erste weibliche Astrogator geworden. Und jetzt das. Niemand weiß, was hier passiert ist. Was hier los ist. Einfach komisch. Einfach komisch. Einfach komisch. Oh Mann. Oh Mann. Folge Doktor Gorskis Spur. Ja. Gut. Gut. Wir sehen uns oben, Jungs und Mädels. Fließt du jetzt los? Nicht? Nicht. Hm. Aber, ähm, ist es richtig? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Also, ich schätze jetzt einfach mal, ups, darf ich von hier kommen, wo die Landing Base ist. Davon ist die Flagge von uns. Könnte doch schon mal zumindest was sein. Das ist nix. Ganz einfach hier heruntergeklettert. Ich hoffe, er lebt auch noch. Oh, die Telesonde. Eine Flagge von uns. Und da hinten ist doch mehr von diesem metallischen Konstrukt. Aktiviert die Telesonde. Oh, okay. Okay. Ich öffne die Probe. Ähm. Let's take a look. Oh, okay. Oh. 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 Oh, okay. Oh, okay. Huh. Oh. Oh. Schönes Bild. Das ist doch die Excavation-Seite, oder nicht? Ja. Eins, zwei, drei, vier, Leute. Da sind wir noch drei Leute drauf. Okay, die X bedeuten wahrscheinlich nichts. Schätze ich mal. Okay, die Stirn ist... Die Stirn ist manchmal etwas weird. Ist das Gorski vielleicht? Könnte sein. Nichts besonderes. Was ist das? Ja, man sieht nichts. Was ist das? Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. Das ist etwas. Sort of. Was sind die früheren readings? Checking. Still high in the slide, just before. And earlier, quite normal. Mm-hmm. All right. Dr. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Alright. It's on the complement. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? The Telesonde. I can sell some company. I mean, apart from yours, sir. One second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Huh. A name for the teleprobe. Alright. I can think of something. Copy that. I'm listening. Gleich Biene. Ball E. Luna weiss im Kreis. Ball E finde ich lustig, wegen Wall E. Und Luna finde ich eigentlich schön, weil... ...unser Hund mal hier ist. Deshalb Luna. Please enter Luna. L. U. N. A. Done. Now, a few more tweaks. And you'll have a flying measurement center at your disposal. Sehr schön. Unsere Telesonde Luna. Und ich wollte auch sagen, schön, dass Sie mal einen Begleiter haben. Dann fühle ich mich nicht so einsam. Und genau das hat Jasna dann auch gesagt. Hier geht's nicht runter. Hier auch nicht. Können wir vielleicht eigentlich noch hier diese... Nee. Hier geht's wahrscheinlich runter. Ja. Nicht? Hä? ... ... Wait, hoch geht's auch nicht. Das ist so weird. Vielleicht muss ich irgendwo hochklettern, anstatt runter. Wow. Okay. Komisch. Wow, meine Beine fühlen sich sehr schwer. Gib dir einen Moment um zu resten, Doktor. Du verdienst es. Ich sehe nicht diese Metallstrukturen anywhere. Die einzige Struktur, die aus der Excavation-Area reportiert wurde. Der Rest ist unter anderem. Bitte explore die Area thoroughly. Just do as Dr. Gorski. Use the Detector. Ich würde sagen, das war's wieder von dieser Folge von The Invincible. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. irgendwie hier diesen Boden weiterhin erkunden, diesen Planeten erkunden und Dr. Gorski finden werden vielleicht. Mal schauen. Bis dahin, haut rein. Tschüss. 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 Whoops. Untertitelung. BR 2018